Solche Dinger sind zu erwarten, sowas kann passieren. Trotzdem weiter stolz sein auf diese Mannschaft und auf die Saison bisher. Und dann Moinzen zum Nachbericht zur 1-3-Pleite gestern. Englische Woche Mittwochabend gegen den VfL Wolfsburg. Wir fangen wie immer mit den Highlights an. 13. Minute 0-1 Schlager. 26. der verschossenen Elfmeter plus Nachschuss von Förster. Aber 3 Minuten später 0-2 Weghorst. 65. 0-3 Gerhard. Und in der Nachspielzeit Ehrentreffer. 90. plus 2. 1-3 Gonzalo Castro. Dann kommen wir zur Spielanalyse. Da erstmal müssten 7 von 11 gewesen sein im Startelf-Tipp. War aber ja so ein bisschen zu erwarten. War schon recht riskant, das Ding. Schön zu sehen war auf jeden Fall, dass Mola zurück im Kader ist nach der ewigen Verletzung. Und sonst kommst du gut ins Spiel. War wirklich ausgeglichen. Du warst wirklich auf Augenhöhe mit den Wölfen. Beide Abwehrreihen haben so ein bisschen Lücken offenbart. Die erste dicke Lücke, auch gut rausgespielt von uns, kann leider Kalajic nicht nutzen. 9. Minute 11 Meter frei vor Castells. Der natürlich auch das ganze Spiel hinaus den Zahnentag gewischt hat. Das Ding muss halt eigentlich schon rein. Das hat er auch schon mal gemacht. So ist es nicht. Dann gab es zwei Chancen für Wolfsburg, bevor sie dann ihr Tor machen. 13. Minute ein absoluter Strahl von Schlager. Logisch. Den muss Kempf woanders hinklären. Das lernst du bei den Bambinis, dass du das Ding nicht in die Mitte klärst. Aber ja, bis dahin war es eigentlich ein Unentschiedensspiel und du bekommst dann ein Handelfmeter. Massimo will vorbei an Brooks. Dem kannst du wieder keine Intentionen zusprechen, dass er mit der Hand rangeht. Aber ist halt heutzutage ein Handelfmeter. Musst du, kannst du pfeifen. Förster darf antreten. Und dann der Abend in der Nutshell. Chancenverwertung am Ende des Tages. Einfach den Ausschlag gegeben. Wer den Elfmeter erstmal wirklich nicht gut geschossen. Das Ding hält er und den Nachschluss hat auch ohne wirkliche Körpersprache, ohne wirkliche Körperspannung halt auch Lapsch wieder Elfmeter übers quasi leere Tor gejagt. Sehr, sehr dumm gelaufen natürlich. Trotzdem verbietet sich da jetzt aus meiner Meinung zumindest wieder irgendein sinnloser Förster-Hate. Weil er hat sich wirklich getan, wirklich gemacht in den letzten Wochen. Deswegen da bitte ein bisschen schüllen. Und wie es dann das Spiel einfach gestern Abend auch wollte, fällt dann drei Minuten später in der 29. das 0 zu 2. Pregalo flankt auf Goalgetter Weghorst Nummer 20 in dieser Saison für ihn. Dann das nächste dicke Ding vor der Halbzeit, 10 Minuten vor der Halbzeit. Die nächste hundertprozentige Chance Nummer 3 nach Kalajic und Förster lässt dann Koulibaly liegen. Auch schön freigespielt, wieder links rausgespielt. Den Ball hält natürlich Castells auch sehr, sehr stark. Trotzdem machen kannst du ihn natürlich auch. Dann gehst du halt wieder, wie auch, das wäre eigentlich ein 2 zu 2 gewesen. Wäre ein 1 zu 1 gewesen, ist irgendwie ein Unentschieden. Und gehst halt genauso oder noch unnötiger eigentlich, wie noch bei Union mit einem 0 zu 2 Rückstand in die Halbzeitpause. Danach passiert quasi nichts bis zum 0 zu 3 durch Gerd in der 65. Mit dem Treffer war dann das Spiel quasi vorbei. Gab ein paar Wechsel. Auch Anstrengungen und Willen kannst den Jungs ja nicht absprechen. Das kannst du unserer zweiten Garde nicht absprechen. Aber es hätte nicht sein sollen. Es soll aktuell irgendwie einfach nicht sein. Noch ein Pfostenschuss in der 80. von Massimo Kulinov, der noch in der 84. Grad so vor dem leeren Tor, quasi vor dem Einschuss noch gehindert wird, als Castells rausgeht. Ja, Ehrentreffer bekommen wir trotzdem noch. 90 plus 2. Abgefächter Schuss von Castells aus der zweiten Reihe. So ein bisschen sinnbildlich. Die Topchancen gehen nicht rein, aber so ein Ei am Ende. Und dann verlierst du halt am Ende, obwohl du nicht elementar schlechter warst gegen Wolfsburg, sondern weil man einfach nicht kalt genug vom Tor war. Und das dann eben dieser Unterschied ist, der Truppe die paar Prozente noch gefehlt haben am Ende, um dann halt wirklich den dritten der Bundesliga zu schlagen oder zumindest Punkte abzunehmen. Deswegen sehr, sehr gebrauchter Abend. Tränen die Liederlage in Folge nach Dortmund und Union. Wir schauen uns die Tabellen-Situation an. Und der 10. Platz, der scheint es einfach gerade zu sein für uns. Auch diese obligatorischen 40 Punkte wollen einfach nicht geknackt werden. Wir sind weiter bei 39 Punkten. Wolfsburg sichert sich somit weiter den dritten Platz. Ein Punkt vor Frankfurt. Und unsere Möchtegern-Konkurrenz um Europa oder wie auch immer um Platz 7 punktet auch nicht. Also ist da zumindest von Abständen alles beim Alten. Ist natürlich auch gerade einfach eine schwierigere Phase. Schwere Gegner, das ist jetzt Dortmund, Union, die Bayern hat es nur davor noch. Und jetzt kommt noch Leipzig am Sonntag. Mal gucken, was da zu holen ist. Da war, glaube ich, von Beginn an zu erwarten, dass du jetzt nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen wirst. Wir kommen zum Man-of-the-Match-Voting. Hier gerne wieder abstimmen im Community-Tab. Natürlich auch wieder gerne eigene Vorschläge und eigene Meinung einbringen dort. Ja, bei so einer unglücklichen Niederlage immer schwer, da irgendwie wen rauszupicken. Einen Spot bekommt auf jeden Fall Armada, würde ich sagen. Der hat für mich klar Potenzial. Richtig gut am Ball. Sehr sicher und ähnelt da technisch auch so ein bisschen Mangala. War kein perfekter Auftritt, aber für das Voting passt, glaube ich. Und da ich einfach bei den anderen zwei Spots für mich diesmal dermaßen lost bin irgendwie, orientiere ich mich da mal ein bisschen an den Kickernoten, auch an den von meinen VfB. Die schaue ich mir immer an, aber versuche natürlich, da mich nicht so krass beeinflussen zu lassen. Aber Spot Nummer zwei bekommt tatsächlich trotz des unglücklichen Fehlers vor dem 0-3 Karasor, weil der beim Kicker mit Kobel, glaube ich, in der 3,5 jeweils nach Noten der beste VfBler war. Und im dritten Platz bekommt dann noch Castro, darf er einnehmen den Platz, weil er eben diesen Ehrentreffer gemacht hat. Und zum Schluss wie immer die Tweets of the Match. Tweet Nummer eins fühlt sich so ein bisschen an wie die 13. Staffel, eine überraschend erfolgreiche Serie. Die Hauptdarsteller sind nicht mehr dabei, der Rest des Teams gibt sein Bestes. Als großer Fans schreibt man natürlich weiter ein, aber es ist echt harte Kost. Passt so ein bisschen, wie gesagt, die Stammkräfte. Man kennt es, jetzt schon tausendmal gesagt. Und natürlich auch so einfach sehr, sehr gebrauchter Abend, ja auch Union sehr gebraucht gewesen, das Spiel. Deswegen finde ich den recht passenden Tweet. Und Tweet Nummer zwei finde ich auch sehr wichtig. Massimo zu schlecht für die Bundesliga, Cholinov zu schlecht für die Bundesliga, Klimovic einsetze nicht gerechtfertigt, Koulibaly zu schlecht für die Bundesliga, Förster keine Berechtigung im Fußball. Nee, Leute, ich weiß auch nicht, warum es schwieriges Umfeld heißt. Da auch logisch, die haben alle nicht perfekt performt. Es ist überall sehr viele unglückliche Aktionen dabei, aber da dürfen einige bitte einfach ein bisschen schillen in der Bewertung von manchen Leuten bei uns. Von manchen sehr jungen Leuten, die immer noch ihren Weg zu gehen haben, immer noch Potenzial haben, Prozesse durchzugehen haben. Ein bisschen Ball flach halten in vielen Bereichen, wenn man einfach mal eine Phase hat, wo man ein bisschen verliert und trotzdem in einer Saison ist, wo man noch nie mehr Abstiegskampf zu tun hat, in der gesamten Saison flüssig durchläuft. Eine Saison spielt, die kein Mensch so erwartet hätte. Deswegen einfach, wie gesagt, bitte ein bisschen Ball flach halten da. Und der letzte Tweet passt da auch dazu, finde ich auch sehr gut. 1,9 zu 0,6, Expect Good Goals und manche reden hier von zu wenig Saison vorbei. Ich sehe einen guten, wenn auch unglücklichen Auftritt der zweiten Garde, indem es vor allem an den eigentlichen Stammkräften scheitert. Förster und Sascha beide mit einer hundertprozentigen Kämpferschuld 1 zu 0. Eben das. Es war wirklich nicht komplett scheiße gestern. Wäre sehr unglücklich, wie gesagt, am Ende hat es wirklich einfach nur an der Chancenverwertung gehakt. Sonst hättest du da wirklich Punkte mitgenommen gesehen wie Wolfsburg und das auch verdienterweise. Aber es ist halt der Prozess, den du gehst. Du bist Aufsteiger, du hast da gegen Platz 3 gespielt, gegen Champions League, nächste Saison gespielt. Deswegen auch da einfach ein bisschen ruhig. Solche Dinge sind zu erwarten, sowas kann passieren. Trotzdem weiter stolz sein auf diese Mannschaft und auf die Saison bisher. Und damit war es das mit dem Nachbericht. Heute Abend gerne dabei sein im Community Gaming Stream mit den Kollegen hier. Und dann morgen der Vorbericht zu Leipzig, Podcast am Samstag und dann der Stream am Sonntag zu Leipzig. Und dann ist erstmal ein Ticken Ruhe. Das ist schon recht anstrengend, bin ich ganz, ganz ehrlich, aber macht Bock. Deswegen, bisher läuft es ja auch. Die Videos kommen so, wie sie geplant sind. Und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.